Liebe Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Bad Kreuzen, ich habe von euch ein Projekt Wir laufen und nach Nepal gehört. Ich finde es eine mega coole Idee. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir uns alle mehr bewegen und das an sich eine Projekte natürlich immer genial. Auf dem Weg wünsche ich euch viel Durchhaltungsvermögen und ich schaffe es.